Jo moin, Alex von ADH Fishing hier. Mein persönliches Highlight des Jahres war ein Lachstrip im Sommer mit Paolo nach Norwegen. Einige der Videos aus dieser Woche habt ihr vielleicht gesehen und dann habt ihr auch gesehen, dass wir die Swift Current Wartjacke von Patagonia dort das erste Mal getestet haben. Und das ist mein Produkt des Jahres. Coole Farbe, coole Optik, net plus, recycelt, deswegen für mich auch eine coole Story dahinter und passend zu unserer schönen ADH Fliegendose, die es jetzt auch in Oliven gibt. Also viel Spaß damit, Tightlines und bis bald.